im letzten video habe ich euch die funktion vorgestellt wie man mit bestimmten fritzbox cable versionen das dvbc signal im haus per heimnetz verteilen kann also per wlan oder lan das geht dann auch per power lan ist völlig egal was fällt dabei raus naja eine m3u datei und ein netzwerk stream und diese m3u datei kann mit vielen mediaplayern wiedergegeben werden und dies holt sich quasi dann das tv signal vom von der fritzbox also nicht das tv signal sondern das videosignal und stream das auf das entsprechende gerät im ersten video habe ich das mal mit dem vlc mediaplayer gemacht diesmal will ich es mit kodi machen dazu sind aber einige vorbereitungen nötig im ersten video haben wir diese m3u dateien erzeugt und heruntergeladen ich blende euch mal das video ein oder in der video beschreibung findet ihr auch entsprechenden link dazu so was muss ich jetzt machen damit das kodi kompatibel ist im prinzip sind die jetzt schon kodi kompatibel nur ich muss am ende daraus eine datei machen also ich bin jetzt hier in meinem ordner habe den kram da drin liegen machen rechtsklick drauf und editiert das das kann man mit dem normalen notepad von windows machen das will man aber nicht und deshalb benutzt man da notepad plus plus dafür so ich habe ja schon ein bisschen was offen was habe ich also gemacht oder beziehungsweise fangen wir von vorne an ich gehe jetzt mal in diese radio oder radio m3u das ist im grunde das was jetzt die radiosender sind das kopiere ich mir jetzt mal mit steuerung a in einem neuen tab so und da wird die ganzen radiosender drin am ende sind übrigens was ihr hier seht das sind nur noch test sender die kann ich eigentlich alle mal raus löschen die sind wahrscheinlich unnütz so da wird es ein bisschen schöner nachher jetzt habe ich im internet folgenden tipp gelesen damit der kodi oder das add-on dass das dann händel den kodi erkennt dass wir hier von einem radiosender und nicht von einem fernseusender reden muss man folgendes tun man muss diesen anfang hier dieses ex inf was man hier hat und zwar bis zum komma also das ist ex inf double punkt null das muss ersetzt werden mit was muss es ersetzt werden naja mit dem hier was halt hier steht radio ist gleich tru also ich kopiere das mal hier raus ich habe es auch in der video beschreibung noch mal für euch copy und paste freundlich eingefügt hier drücke ich jetzt störung f und dann kann ich hier auf ersetzen gehen und ich habe es jetzt schon drin stehen also genauso muss es aussehen wir ersetzen einfach dieses ex inf doppelpunkt null mit diesem string hier unten normal und nicht reguläre ausdrücke ich einfach mal auf alle ersetzen okay das ist jetzt getan jetzt könnte ich die datei speichern brauche ich aber nicht unbedingt ihr solltet euch jetzt eine vierte datei anlegen die habe ich jetzt hier einfach mal scheint m3u genannt und da kopiere ich jetzt das hier einfach rein also ihr dürft rein kopieren ich habe es schon vorbereitet in der habe ich eigentlich im prinzip nur folgendes gemacht ich habe hier oben die ganzen radiosender steht ja auch hier das geht dann hier weiter mit den ganzen fernsehsendern hier cdf hd mit hd und dann noch weiter unten habe ich die sd sender rein kopiert dazu müsst ihr halt immer diese m3u datei als text datei öffnen und das im grunde dann zusammen kopieren also ich habe jetzt mal hier die sd sender alle markieren rechtsklick kopieren oder steuerung c und dann in diese neue datei kann man sie hier mit rechtsklick einfügen habe ich jetzt hier schon alles vorbereitet aber ich denke ihr habt verstanden was ich meine am ende müssen quasi alle gescannten sender die die fritzbox gefunden hat in einer großen datei sein und bei radio halt noch mit dieser besonderheit dass das ersetzt werden muss dass da radio ist gleich true stehen muss gut das habe ich jetzt gespeichert und jetzt geht es los in kodi so ich bin jetzt in kodi und hier gibt es ja das menü tv und wie wir sehen sehen wir nichts ja das muss erst aktiviert werden deshalb hier zum addon browser und ich empfehle euch jetzt einfach mal den ip tv simple client einfach einmal draufklicken und normal reicht hier aktivieren aus jetzt gehen wir nach links auf konfigurieren und hier oben muss ich jetzt auswählen genau nicht entfernte fahrt sondern lokaler fahrt und mp m3u wiedergabe listen fahrt dort geht jetzt im grunde der explorer auf oder ein könnt ihr fahrt einfach suchen wo ihr diese m3u gespeichert habt vorhin habe ich vielleicht vergessen zu sagen diese datei in der wir diese ganzen ja links zusammenführen für die streams die muss natürlich auch m3u logischerweise heißen so ich navigiere jetzt zu meinem ordner wo diese ja gejointe datei liegt so jetzt bin ich hier wir haben jetzt die ansicht die wir vorhin auch hatten und ich nehme jetzt hier dieser joint m3u genau das war es im grunde schon ich gehe jetzt ja mal auf ok manchmal kommt jetzt die meldung neu starten ihr müsst jetzt aber in jedem fall neu starten ja die kommt jetzt bei mir nicht aber es muss neu gestartet werden also ich mache kodi jetzt zu und starte neu kodi ist jetzt neu gestartet und er meldet schon dass 177 kanäle geladen hat die spannende frage ist jetzt wie hat er sie geladen ich jetzt mal hier auf tv jetzt sehe ich hier schon mal mehr auf jeden fall gehe hier auf kanäle ja das sieht doch jetzt erst mal gut aus und gehe noch mal zurück und gehe auf radio ob das auch geklappt hat auch hier auf kanäle genau das hat jetzt auch geklappt ja wenn ihr die sortieren wollt gruppieren wollte irgendwas anderes einstellen wollt dann geht ihr einfach ins ach so in die einstellungen und hier dann pv tv genau hier gibt es kanal manager und da könnt ihr dann das nach belieben sortieren also ich kann jetzt hier zum beispiel drauf gehen und sagen verschieben cdf an zweite stelle somit enter bestätigen und beispiel jetzt mal ard wo ist es denn wir haben jetzt der sprung schon das erste da ist es auch einfach mal das verschieben an erste stelle natürlich genau also beziehungsweise cdf muss jetzt auch wieder hoch schieben natürlich logischerweise so genau dann habe ich das jetzt gemacht hier was halt nicht geht kann als symbole habe jetzt noch nicht rausgefunden wie das geht das geht aber sicherlich auch aber was nicht geht ist wohl epg da gibt es wohl irgendwie in kompatibilität inzwischen kodi und der fritz box falls ihr einen tipp hat wie das geht könntest gerne kommentieren ich bin euren kommentar an dann haben auch die anderen nutzer was davon und können das dann doch hinkriegen so jetzt will ich das natürlich noch mal demonstrieren ich habe es jetzt noch gar nicht gezeigt hier also noch mal auf kanäle was mache ich denn jetzt hier auf zum beispiel wdr hd köln und im hintergrund geht es dann los wenn man jetzt noch mal ende drückt dann bekommt man auch das vollbild und die qualität ist ja eigentlich beeindruckend noch mal ende dann habt ihr hier unten diese menüleiste und hier ist mädchen informationen und das wäre jetzt normalerweise epg aber irgendwie ja will das wohl nicht mit nicht so einfach zumindest deshalb stoppe ich das ganze jetzt mal und hoffe ich konnte euch helfen